Das erste, was ich hatte, war ein Brett hinter einem Schrank, ungefähr einen Meter Platz zum Arbeiten. Das nächste war eine Tasche mit Stiften und dann 20 Quadratmeter. Und jetzt, 13 Jahre nachdem ich angefangen habe, sind wir in so einem großen Studio. Das hier ist das Butwig Headquarter vorhin. Das war mein Malstudio, mein Atelier. Und das hier hinten ist die riesige Werkstatt, die wir haben. Es ist einfach so unfassbar geil und ich bin so stolz darauf.